Man kann endlich mal wieder jede Waffe mit jedem Attachment spielen, was er in 837 Stunden unlocked hat. Kein Problem. Kann ich. Es ist kein Problem. Spiel ich sowieso jeden Tag. Ich bin ja jeden Morgen dabei, zwei Server anzudadeln. So, übrigens, ja, ich nehme da mal auf. Ampi, nehmen wir eigentlich ein eigenes Squad jetzt mal hier, oder was? Ach hier, Maddin's hat. Ja, ich kann leider nichts machen. Ich habe noch ein Ladebild. Ihr mit euren verkackten SSDs. Was spielen wir denn jetzt hier? Ich bin bei Stalker mit dem Team. Ne, wie kauft ihr doch endlich mal einen vernünftigen Rechner? Arne, schenken wir doch endlich mal. To-Business ist doch hart am Boomen, ey. Was ist denn? Ja, Lampi, 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 Lampi. Warte mal ganz kurz, einmal Ruhe bitte. Maddin, nimmst du schon bitte auf? Ja. Schauen Sie bitte vorbei auf www.ink-lifestyle.com. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und einen schönen Abend. Weißt du, weißt du, was das Gute ist? Ich bin immer noch im Wadescreen, deswegen. Schmeiß mal den Hector raus. Kann er nicht, das ist der Squad Leader. Ja, dann machen wir das. Nein, machen wir das. Ja, aber noch nicht. Ich kann ja, achso, war mal Team Setup, Hector, Hector rausschmeißen. Wie ging denn das nochmal? Ist egal, ich komme jetzt rein, irgendeiner ist raus. Ja, das war ich. Achso, dann gehen wir alle in Foxtrot. Okay, wir gehen jetzt in Foxtrot. Alle in Foxtrot. Ich bin auf andere Seite. Ich auch. Komm nach. Komm auch gleich nach. Ich laufe gerade, ich laufe gerade schön außen lang. Weiß gar nicht mehr, wie das hier ging. Ich laufe. Ich laufe. Ich laufe. Wie ein Flieger und ich laufe. Wie ein Flieger und ich laufe. Wie raus. Wie ein Flieger, so schnell. So. Dort, Alter, erstmal die Karten wieder. Wann nochmal? Nee, doch, ich glaube, ich weiß nicht, wie das hier geht. Ich nehme die Sniper und sicher Richtung Delta ab. Delta sind sie schon. Ja, erzähl mal ruhig. Ich komme und töte dich. Ich habe tierisch Bock. Auf Ficken. Schniffi. Mein Messer. Er ist ja im gegnerischen Team. Von hinten in den Arsch zu rammen. Ach, scheiße. Beide Leute von Delta. Tresst scheiße, ihr Penner. Ah, warte. Cesar konnte man ja verlieren. Ach du Scheiße, wo seid ihr denn? Die haben aber die Suppression-Gruppe gemacht, oder? Alter, was macht ihr denn hier? Ja, jetzt. Der nicht so cool. Oh, nee, doch. Raus hier. Raus hier. Ach, ich bin bei B raus. Sonst ist das Scheiße. Und Rotflug gespielt. Wenn ich nächstes Mal stelle, bekomme ich zu euch. Ah, ist dann her. Ja, gib Gas. Wir haben noch Platz im Squad. Warte mal, dann komme ich mal direkt. Oh, die sind draußen bei C. Laufen Richtung. Ich kann nicht wechseln. Keine Ahnung warum. Obendrüber zwei Leute. Obendrüber zwei. Ja, die sind in einer besseren Position. Die Pisserhauner sind hier rein. Sind sie nicht. Wenn wir durchlaufen, werden wir das nicht gewöhnt. Jonas 1-1. Der Lohn einer läufigen Gebirgssiege. Bravo, sind sie drin. So. Team Setup. Was sind wir, Foxtrot? Ja. Beitreten. Bravo, draußen kommen sie rein. Bin drin. Sind drin. Bin drauf. Drei Leute. Kellerman, komm. Bin bei Lasse. Hopp. Oh, von der anderen Seite kommen sie auch. Ja, natürlich. Oh mein Gott, sie sind überall. Alter, gibt's ja auch mal irgendwo. Sie sind überall. Ach, Arne liegt schon wieder auf der Erde rum. Ja, der hat einen Bogen. Sorry, Schlag. Hä, was hat er? Was nehmen wir noch bei dir? Ach, die ist. Ah, Leute, ihr müsst Rauchen mitnehmen. Durch Rauchen. Mit Rauchen können sie mit dem Enferon nicht durchbomben. Das ist neu. Nur noch mit dem Flir. Oh, mega leck. Und wo haben die den Bogen her? Der Bogen ist das Phantom-Programm. Hä? Das erklärt jetzt nicht, wie wir den herhaben, aber es gibt irgendwie komische Sachen finden. Es gibt vier Phantom-Programme, die du erledigen musst. Hast du die Schuhe? Natürlich. Ich hab auch den Bogen schon. Und macht ja Spaß, nö, ne? Ja. Wir werden gleich badly hard base-wrapped, hab ich so das dumme... Ja, ja. Dann spawne ich auch nicht mehr. Ich bin dafür verantwortlich. Ja. Ich bin nämlich harter Teamleader bei mir auf der Seite. Ich guck grad mal, ja, 2 zu 0 läuft bei dir, Digga. Ja, aber letzter. Guck mal, ob wir zu C durchkommen. Ich bin einmal durch. Ich versuch durchzulaufen. Wer tot ist, bei mir spawnen. Ach, dammit. Ach, Schniffi, du Stricher. Satt, Satt, bei mir spawnen, bei mir spawnen. Satt, aber Schniffi, hört mit den dran. Oh, aber keine Boni mehr. So, gib Gas da. Satt, wo bleibst du? Weiter, 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 weiter. Ich guck mal weiter. Immer laufen, 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 laufen. Oh, gib Gas. So, los. Und jetzt zu E rein. Eee. Das ist C, du Düssel. Wo denn nur? Weiß ich. Ja, genau, ey. Scheiße. Bleibst du da, Schland? Ja. Fuck. Juhu, ich lebe. Ich lebe. Schniffi kommt. Ich bin tot. Echt? Boah. Mach ihn tot. Alpha haben wir verloren. Ich kann nicht bei dir spawnen. Du stehst mit dich an der Wand. Danke. Fuck, Alter. Das hat die Hure gehört. Na, ich hab dich doch nicht gesehen. Na, ich hab dich auch nicht gesehen. Hören sie alle. Oh, oh. Ah, Xego ist on 55 nur noch. Kommt ins Treppenhaus. Ach, ach. Boah. Drei Leute in einem Haus. Scheiße. Es sind einfach zu viele hier. Nein, hab ich. Achtung. Gut gespawnt, würd ich mal sagen. Glück ja. Oh, ey. Hi. Wolltest du nicht auf die richtige Seite kommen? Hauptsache, er schießt nicht. Ich konnte nicht. Ich konnte nicht drüber. Ich treppe durch. Na gut. Kann ich dich denn nicht wiederbeleben? Was soll das denn? Gut, du rechts, ich links. Komm, komm zu uns rein. Komm zu uns rein. Und wenn's schnell geht, macht den Spanner. Lampi, du rechts, ich links. Ja, ja. Müsst ihr euch mal so hinstellen, dass man auf euch spawnen kann. Und, älter, zwei. Ups. Fuck, alter, schniffig. Du gehst mir so hart um den Himmel. Alter, den haben wir gerade mit dem Zweifel nicht umge... Ah, zu zwei Sitten geschossen gekriegt. Ja, das ist die U100MK. Da kannst du draufdrücken, so viel du willst. Das ist ein Normal-Server. Hier brauchst du ein Waffe. Ja, heul nicht rum, ey. Du spielst das Spiel 100 Millionen Stunden. Du müsstest besser sein, als wir. Ey, warum? Ich kann nur gut im Team spielen. Ja. Hm, Intim. Intim. Ha, 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 ha. Spottet. Blitter. Hat mal ein bisschen Rauch gemacht. Das war eine gute Idee. Also, dieser Bogen nervt ja gewaltig. Oh, Toro für 2-1. Das ging ja flott. Heute ist so ein schöner Tag. Heute ist so ein schöner Tag. Malalalaala. Und ich schick. Spring. Spring. Wie ein Fliegen. Ne, ne, ne. Ne, ne. Oha. Alter, wie soll ich denn da noch mit seinem scheiß Phantom-Ding da? Von da außen, von B kommen sie rein. Alter Schwede, was campt ihr denn hier rum? Ich brauche Munition. Ich hab Munition. Was denn? 19 noch, ey. Voll in die Fresse geschossen. Wie schön, dass sie uns von hinten schon hinterlaufen. Sehr gut. Der mit seinem scheiß Phantom-Ding. Der Tod ist zu mir. Was hat er drauf? Kleine Breitspitze? Breitkopf. Stabilisierer. Wer tot ist zu mir. Stabilisierer hast du sowieso drauf. Oha. Kommt der denn auf einmal her? Wo ist er? Gleich um die Ecke. Wie schnell da her denn? Ja. Das sind die SKC-Typen. Hallo. Down. Stand by me. Martin, Martin. Jo. Und noch einen weiter, würde ich sagen. Ja, zwei sogar vielleicht, ne? Alter, wo kommt er denn jetzt her? Ah, nervt. Hey, wir nehmen den jetzt hier, weil der andere ist zu dicht am Spawn. Alter, ist denn scheiße, als müssen wir jetzt auch unter die Explosiv-Sprengstoff spacken gegangen? Als Versorger habe ich grundsätzlich immer die Airburst mit oder C4. Doooi. Wenn es eine Infanterie-Map ist, ist es die Airburst und wenn es eine Panzer-Map ist, ist es C4. Um die ganzen Typen zu spacken. Trotzdem scheiße. Ich finde das gut. Also anders ist das nicht zu erklären. Greif jetzt das Einsatzziel an. Abverstanden. Ja, Schniffi und der fehlende Mittagsschlaf, ne? Rechts neben euch, rechts neben euch. Eine never-ending-Story. Irgendwit. Dann. Du wurdest gerade von hinten erschossen. Wow, fuck. Unten, 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 unten. Unten, Tunnel. Ich versuche jetzt mal rüberzukommen zu euch. Oh, wieso kann man nicht mehr hier drübschießen? Ah, ey. Was ist denn Bigger Team? Ihr habt 14, ich hab 15. Bigger Team am Arsch. Da hin? Jawohl, läuft. Weißt du, dass das Schwert einzunehmen ist? Ja, bekommen wir von beiden Seiten. Ja. Wer läuft denn hier immer durch den... Keine Ahnung. Ich geh mal hier hinten. Ach, ich brauch Medis, ich brauch Medis. Von vorne, 5 Leute. Medi liegt. Danke. Armin, komm. Pass auf, hinter dir. Alter, ey. Hauptsache, mit einem Schuss machen die ja diesen Kack-Phantom-Ding kalt, ey. Ist ja auch geil. Gar nicht, nervt komplett ab, man. Ja, tief sein muss. Weil sie sich das bei The Walking Dead abgeguckt haben. Neh. Spielst du noch ein bisschen? Ja. Was fällt dir eigentlich ein? Wieso spinnst du eigentlich noch? Fast. Kann man wie lange vielleicht so eigentlich noch spielen? Alter, dann kommt wieder einer von unten, alter. Ja. Jetzt hab ich noch geworfen. Jetzt hab ich noch geworfen. Unten sind sie übrigens. Ich komm hier nicht mehr weg. Ja, richtig. Er zieht uns beide. Kommt zu mir, kommt zu mir, kommt zu mir. Martin. Ja, hab ich gesehen. Mit einem Schuss. Alter, stirb du Samen. Die stehen im Treppenhaus, Vorsicht, Ihr Anführer ist Schniffy. Von welchem Treppenhaus? Jetzt ist er rausgesprungen bei 10. Lass ihn mal. Hier ist deine Munition! Hier liegt was. Rauch. Alles gut? Wo? Hinter uns! KC-Typen. Kann man den Turm nicht mehr tiefer legen oder was ist das? Ne, hab ich auch gerade versippt. Es ist echt... Ihr mit eurer verkackten Airwurst. In erster Linie, feller mit seiner verkackten Airwurst. Achtung! Einsatzstil Charlie! Wurde neutralisieren! Alles easy! Wir haben es trotzdem! Heller, rennen wir nicht vor! Jetzt ist C kaputt! Ja, ich bin drin! Hey, du bist tot! Nicht drin, sondern vor! Das ist doch kacke, Mann! Dann greifen wir wieder zu, Mann! Kaum unten, zu C! Vier Mann, mindestens! Ausrichtung weg! Ah! Gil kommt! Läuft jetzt zurück! Drei Leute, drei Leute drunter! Einer läuft oben lang! Einer steht noch im Tunnel! Lass mal Papa! Ja, hat er was! Warte ihn, Mutti! Danke! Danke! Nicht vor die Flinte laufen! Wieso? Kannst doch jemand mit der Softball! Einen hab ich! Einer ist noch! Warte, ich hol dich! Pass auf, du gehst mit und schießt! Ah, scheiße! Du bist nicht voll! Zwei Mann, zwei Mann! Ja, das Problem ist... Wir Chats! Boah, Alter! Und der legt da ne verkackte Tremor hin! Ich fäll dir heute falsch, ey! Gute Autopumpe! Muni! Manni! Immer Muni schmeißen! Ja, ich doch! Sauber! Oh! Ich bleib hier noch ein bisschen... Noch ein bisschen Muni! Fasern! Dammit! Ah, zu spät! Bravo geht! Autopumpe! Fasern! Der Keller braucht Mumpeln! Der Mumpelmann kommt! Ich hab ihm schon welche hingelegt! Achtung raus aus der Küche! Den Typen hab ich ja... Da ist noch einer... Den hab ich! Ja, ich wollte dich noch wiederbeleben, aber irgendwie hat das nicht geklappt! So, aufpassen! Spawn gleich! Ich weiß ja nicht mal geschafft! Einfach aber Charlie! Ab zu Delta! Delta kommen sie jetzt oben rum! Ja! Zu viele von euch! Zu viele! Da! Da! Da werd ich von hierhin gemesselt! Dein Ernst! Keine Rückendeckung hier! Rückenreckung! Rückenreckung! Mit dem Bogen ist aber gut! Hehe! 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 Dieser Kriegertyp, der ist... Alter, der mit seinem Scheiß Bogen, ne? Würde der mich nun nicht so hart nerven! Oh! Hups! Körner! Was ist denn immer? Körner! Körner! Kommt durch die! Was? Körner! Nein! Komm raus jetzt! Vorsicht! Kannst du mich wiederholen Herr Keller? Bist du denn? Ich lieg hier vor dem Eingang wo wir eben zusammen standen. Du, ihr seid ganz woanders. Ja. Ach wo seid ihr denn jetzt denn? Ich hab die ganzen Flaggen nach und nach reingenommen. Ja, ich bin hier auch dabei. Ich weiß nicht was ihr da hinten die ganze Zeit talkt. Wir sind durchgerannt. Na wir passen auf C auf. Achso. Ich hab D eingenommen und dann E. Und Stalker der Pisser? Ist auch auf C. Ich hab den Arsch gerettet. Einen hab ich. Ich hab den da auf dem Boden lag. Und dann haben wir alle. Achtung über die Kleine ist gerade recht hinter mir kommen. Liegt auf dem Boden einer. Ey. Wie kommt man denn an Claymos vorbei? Da liegt auf dem Boden einer im Gang. Echt? Einfach langsam vorbeigehen oder was? Mal aber es sollte es klappen. Ja, easy. Achtung von vorne. Wir haben die Kontrolle über Einsatzstil Echo verloren. Ah. Kommt die alle wieder? Ich versteh die ja nur noch weg. Ja. Ja. Hat ihn. Danke. Bitte. Ich brauch aber dann nochmal bitte... ...nen Ladpack. Ich komm, ich bin hinter dir. Ich hab zwar eben da keinen gekötet, aber vielleicht noch noch zum Publikum gekriegt. Oh, 3-1. Cut, Gava. Oh, scheiße. Duftpaar ist da um der Ecke. Ich schalte den Wassern der Dauern. Otto Pumpe kommt. Hat noch 4. Dabur, 3 Leute. Peter. Ich hab keinen Squad mehr. Ich hab keinen Squad mehr. Oh, ich hab keinen Squad mehr. Weg. W-weg. Alle Squads sind voll. Geil, ich bin genau der eine der da übrig bleibt. AHAHAHA ich hab euch alle fast gehoben. Schade! 16 Leute im Team. Und ich bin der eine der übrig bleibt. Da würd ich mir mal Gedanken machen. Das ist ja nicht damals in der Schule, wenn Fußball-Mannschaften gewählt wurden. Schniffi, komm, wir gehen in ein Team. Wir machen mal ein neues Quot auf hier, ne? Sonne Kacke. Armer Schniffi. Schniffi, komm. In Delta. Meine Güte, ey. Komm hier nicht durch, da. Komm von außen. Komm von außen. Schniffi, kommst du in der Delta? Komm alle über die äußere Seite. Also, ja, kann ich gleich machen. Bin grad im Ziel. Update. Ja, Muni ist hier, Kinder. Vielen Dank fürs Reviven. Reicht aber nicht für das, was ich wollte. Aber Muni liegt hier. Da haben wir aufstehen, nicht immer liegen bleiben. Ja, sehr nett. Die kommen gleich von hinten zu euch. Muni. Jetzt haben die Delta die Striche. Ja. Hört mir eigentlich einer zu? Ja, die kommen von außen. Hauptsache, der mit seiner Kacktaschenlampe meldet uns ne halbe Stunde vorher an. Ja. Ist das nicht schön? Geht so. Oh, da war noch einer. Okay, Lebe. Wenn du willst, kannst du weg, wenn wir jetzt fahren. Zu spät. Oh, Pumsen ist auch weg. Schon wieder immer dieses Laufen, ey. Ja. Ist voll anstrengend, ne? Ja. Oh, man wird fitter. Oh, ich wollte mich doch nicht wieder, wenn hier vorne alles ist. Es stehen sechs Mann. Äh, ich kriege. Weiße. Zack, zack. Ich könnte mal langsam ein bisschen Muni gebrauchen. Ich hab nur das... Ja, wo bist du denn? Unten bei Delta. Ja, der von hinten. Ich lege was in den Flur da. Unten drunter. Scheiße, ey. Ja, das ist auch schön. Ah, scheiße, entschuldige. Ja, ich lebe noch. Wow. Oben bei Delta. Oben Delta, alles voll, Jungs. Ja. Bauen wir mir. Ohne Muni wird das bei mir nix hier, ne? Gut, ja, ich hab meine unten in Gang gelegt. Die ist doch schon weg durch die Granate. Der Fahnenmast, also. Fuck. Ich spawrn bei dir. Also, die sind oben jetzt. Von oben, Steffi. Er kommt runter. Hier. Achtung, die sind... Scheiße. Aber hinten. Aber ganz arg, warum hau ich hier eigentlich ab? Oh, stopp wieder, Alter, ey. Kommt der dann, ey? Hecke Zeit geht ums... Jetzt können zu viele. Jetzt können sie es vergessen. Ja. Ja. Sorry, Lampi, ich hab's nicht mehr geschafft. Ja, und nicht so müllt. Zwei Mann, drei Mann oben. Jetzt haben sie mich weggeschaut. Oh, wo kommt der noch mehr mal her? Usual ended Calamans kills, we get 11 kills. Ach, du Scheiße. Boah, jetzt gibt's kein Hearthlife mehr. Du hast Freeman gemessert. Ganz klasse, Lampi. Ja. Der sprang da so komisch rum. Oh. Kling auch immer so komisch rum. Oh, Martin, da kommen gleich ganz viele. Jump, jump, jump. Bop, big jump, down. Den ersten hab ich schon gesehen. Oh, zwei Leute rechts zum Erken. Ja. Dritter dazu. Zwei hab ich, der dritte hat mich. Schweine. Ich bin Versorger hier. Genau, da kommen ganz viele. Voll. Warte mal, ich gucke da was. Oh, was ist das denn für ein Scheiß? So, jetzt hab ich keinen Bock mehr. Jetzt kommt die Magazinerweiterung. Warte. Jetzt. Jetzt ist es time for the Magazinerweiterung. Warte, Moni. Ey, guter Mann. Wann krieg ich denn endlich ein verschissenes Visier für meine verschissene Knarre? Was hast du denn drauf? Oder was hast du denn drauf? Offene Visierung. Ach du Scheiß, für was denn? Ah, ah, ja, aber ich sag vielleicht gleich nicht. Weißt du, was Kacke ist? Dittergranate. Die RPK-12 hab ich. Ach du Scheiß, warum nimmst du denn die RPK-12? Welche soll ich sonst nehmen? L86, MG4, M249. Das ist echt so. Boah, Leute. Die sind oben bei Trieb. Ach. Schau mal, wir kommen nicht weiter, wenn wir da alle durchkämpen, ne? Wieso sind doch alle tot? Kommt doch rein hier. Hab doch mal aufgerufen mit der Scheißknarre. Boah, dammit. Ah, die Magazinerweiterung. Ich sag, ich geh lieber Schland helfen. Hatten wir uns jetzt beide geholt? Was ist denn das für ein Scheiß? Ich hätte die gerade alle umbringen können. Und was mache ich, Idiot? Ich versuch zu messern. Schniffi, ey, du bist aber auch der letzte Hurenbock, ey. Das ist unfassbar. Boah, der? Weil er wieder nur zuhört, ey. Was sind denn jetzt diese... diese neuen Symbole hier an der Seite, ne? Das bedeutet, dass... Das bedeutet, dass die Server nicht so läuft, wie du das gerne möchtest. Das habt mich auch schon ein paar mal gefragt, was das für ein Problem ist. Ja, das hat mit den... mit den... Latenz-Zeiten zu tun. In... Frames. Von hinten, Jungs. Von hinten kommen sie. Schniffi. Der liegt da rechts in der Ecke. Eckdoll. Er kommt noch ein zweiter. Schniffi, haut ab. Schniffi, haut ab. Das weiß er auch, warum. Er steht in der Ecke, ich schmeißte eine Handgranate. Wenn wir jetzt alle da rausrennen, haben wir keine Chance. Er kommt von draußen, der Stricher. Jetzt rennt er wieder weg. Jetzt muss ich aber euch... Ich muss euch auf einmal killen, sonst... Und was? Bitte Bulldog. Ich bin 94er. Runden, dreimal, dreimal, dreimal... Aber ist das auch toll, wie der Stricher nicht hinterherkommt. Was ist das aus, oder? Wenn die alle rauskommen, dann ist er tot. Herr Keller, ist die M240 besser, oder was? Als die M240... Was? Welche ist die beste? M249 ist ganz geil. Ja. Welche? M249. Die Saw. Wuuuuaat. Die hab ich noch nicht. Letzte Pflichtkampagne, sagt er. I am everywhere. Was ist noch gut? Außer der? Redet halt nicht mit mir. Alter, wieso sind die denn alle oben schon wieder? Ich verstehe sowas auch nicht. Oh, das war's. Schade, aber ich hab euch... Toll. Die Killing-Machine...